ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play und zwar spielen wir jetzt hier der herr der ringe die schlachtung mittelerde und zwar natürlich ein spieler und die kampagne so kampagnen geht natürlich nicht weil ich da schon ewig nicht mehr gespielt und installiert hatte und noch nie auf diesem laptop und wie wir auch von vorn anfangen wollen jetzt ist die frage gute oder böse kampagne da der film ja eigentlich auch mal aus der guten sicht ist würde ich lieber dann die böse kampagne und natürlich auch mittel und dann geht es auch schon gleich los klicke um anzufangen dann machen wir es einfach mal der dunkle herrscher sauren muss den einen ring zurückgewinnen mit seiner macht wird er ganz mittel erde unterwerfen nur gondor steht noch zwischen mordor und dem rest mittel erdes wenn gondor fällt gehört ganz mittelerde sauren rohan ist das land der pferde herren doch schon bald wird die ritter mag einem neuen meister gehorchen diesen garten klicken wir noch mal hier auf isengard isengard der einstige verbündete gondors gehorcht nun einem neuen herrn dem dunklen herrscher sauren ha 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 so gib mir eine armee die mordor ist viel zu tun ist nähert unsere schmied mit dem holz aus den wäldern fangen wir brauchen brennholz um eine mächtige armee zu erschaffen so wir haben unsere aufgaben fälle die bäume isengard zum bauplätze für gebäude freizuschalten züchte 100 urux und bonus sachen wären 16 gebäude bauen saroman level 2 ist level 200 urux zu beenden und eine fähigkeit zu kaufen und dann brauchen wir eine fähigkeit haben wir kriegsgesang was von schaden und rüstung bringt für die truppen dann oder plantik wischen was zum auspielen gut ist also nehmen wir noch mal plantik wischen so die fallen jetzt hier schön bäume da können wir hier die urogrube ausnehmen natürlich wir haben einen guten bauplatz gefunden wieso das können wir bauen so damit ihr nicht ganz so schutzlos sind bauen wir hier erstmal bataillone urux holzfäller wir haben einen guten bauplatz gefällt mir auch nicht schlimm so noch einen holzfäller und haben wir noch irgendwo der wald weicht zurück und wir haben keine truppen mehr auf den schlauch ist aber auch kein tor hier in unserer kleinen burg so späher aus hoher zusammen wo ist denn er soll ja Ich habe mir mal auf die 1 gelangt, dann kann ich hier mal über die Tastatur direkt zugreifen. So, kommen die mal zusammen. So, gegen die Enz können wir natürlich mit unserem Brandbogen. Gut, was anrichten. Doch außenrum jetzt so gut ist, werden wir dann ja sehen. Ja, erstmal werde ich hier noch. Sehr gut. Auch innenrum wäre schlauer gewesen. Wir haben einen guten Bauplatz gefunden. Erst noch mal so ein paar Urugs ausbilden. Wäre vielleicht nicht schlau. Wäre nicht verkehrt. So, die brennen ja bekanntlicherweise eigentlich sehr gut. Ja. Da müssen wir die anderen jetzt abmachen. Und jetzt weiter auf ihn hier. So. Was ist er denn? Guck mal, muss jetzt ein Level aufsteigen. Guck mal, mach den Weg frei. Äh, jetzt sind dann alle Bauplätze soweit ich da sehen kann, ja. Ja. Ich sollte nur mal... hab ich keine... Wo ist denn noch Holz? Wir haben die Urugs und ihre Armbrüste sind bereit. Die Urugs und ihre Armbrüste sind bereit. Warum kann ich denn... Aufwachen! Auf eure Posten! Aufwachen! Macht euch Kampf bereut! Mit kleinen Sammlunger! Weit! Oh, eben. Die Urugs und ihre Armbrüste sind bereit. Dann hältst du dich mal nach hier oben zu kommen. Vorrücken! Mach den Weg frei! Ihr werdet unseren Wald nicht besudeln! Euer Wald, ähm... Da habe ich aber auch noch ein bisschen mitzuregen. Wir sind ein Mann! Wald! Nichts unter Lager! Nieder mit den Elben! Genau, Isengard wird siegen. Dem kann ich nur zustimmen. Dem kann ich auch nur zustimmen. Auf Sie! Ihr Herr! Ihr Ende ist nach! So, und jetzt einmal hier... Ähm... Das wird dich nicht... Hier, komm! Fühle meine Macht! Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen einspielen. Macht euch Kampf bereut! Macht euch Kampf bereut! Macht euch Kampf bereut! Ich krieg langsam Hunger! Gehen mir weiter das Tor! Bitte! Bewachen! Hemm! Der Wall nimmt blutige Rache es ab. Nord-Esslich, das ist ja hier. So und weh, du verrückst. So, ähm... Glaube ich. Das hat irgendwie nicht so wirklich, äh... Nichts wird uns aufreißen. Mach den Weg frei! Wieso kann ich denn keine Holzfäller? 148 habe ich. Ich brauche... 20. Hm. Aufwachen! Nicht zurückfallen! Aufwachen! Wir greifen an! Nichts wird uns aufreißen. Ich fühl mich grad, aber bin ich... Kommt zu mir! Mach eure Waffen bereit! Aufwachen! Nicht zurückfallen! Ich krieg langsam Hunger! So, hier wird die Truppenstärke wieder erhöht, was ja nicht verkehrt ist. Aufwachen! Wir greifen an! Aufwachen! Wachen! Aufwachen! Und... Flache bleibt trotzdem... kommt zu mir meine dina kommt das mal wieder an die front ich habe hier gar keine holzchen macht euch kampfbereit so auf dreimal schmerz hat sich nur nur einer da ist immer Hunger und ihr bewacht mal bitte ich krieg langsam Hunger weiter unsere Zeit ist gekommen jetzt dürfte ich dann auch gleich hoffentlich noch ein paar ach noch mehr stinkende Arbeiter ich hab mich glaube auch ein wenig verkauft mit der Rohstoffanzeige noch mehr stinkende Arbeiter soll ich da mal hin es war jetzt sehr dass wir da alle verreckt sind ich hätte jetzt schon beinahe Bock da neu anzufangen der Festung haben wir aber nicht immer so verwirkt ne gar keine Beinung mehr müssen die ja hier draußen fällen wie das ist das ist also ihr seid jetzt mal die drei ich krieg langsam Hunger ich krieg langsam Hunger noch mehr stinkende Arbeiter ihr werdet nicht gefaulenzt Arbeiter bitte arbeiten arbeite ich doch auch mal und mehr Holz wir haben viel zu tun der hängt euch ihr faulen faulen sind die wirklich hm noch mehr Arbeiter lasst sie schuften macht was euch gefreut wird Arbeit Eis Eis nichts wird uns aufhalten vorwärts macht eure Waffen bereit macht euch kampfbereit ähm 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 aufwachen lebt eure Waffen ich würde mir mal die Karte und so ein bisschen ja es war eh nicht aber Lauf schneller kann man ja mal trotzdem gucken wie das man die ganze erforscht hat was hat man hier noch schönes eins ich würde aber lieber dann auch die Verwüstung sparen weil war ja hier dann den Wald zerstören können über diesen Zauber halt und dadurch dann recht viele Rohstoffe gewinnen können Lauf schneller Lauf schneller Lauf schneller Lauf schneller so ganz schön dann würde ich sagen oft ja ich hatte jetzt bei Kamm nichts und damit würde ich dann auch erstmal sagen speichern wir Let's play nehmen wir das ganze dann mal und speichern speichert und ja bis zum nächsten mal Tschüss.